Denn bei mir, da muss es heiß zu gehen. Anschließend Schlimpflesungen in den arkadischen Heinen. Ich kann gerade noch ein Haar kommen. Ja, ich bitte augenblicklich um bürdevolles Schweigen. Da muss man doch etwas tun. Jawohl, jawohl, oder verstanden. Wo bin ich denn jetzt da? Bin ich, bin ich im Himmel. Nein, ich bin nicht schade. Aha, und ich bin doch wüsste wie im Himmel. Ich muss mal raus, ha, hat der Rasse geglaubt. Ah, schnauze, warte. Ich bin der E-Mars, der Galaxi-Splitz-Kurier. Die, die, kenne ich nicht. Oh, die kenne ich auch. Du bist nicht, freilich bist du. Was habe ich gerade gesagt? Vorsicht, Vorsicht. Kaffee, Jusk. Moment, da kannst du ganz kurz, du brauchst, ich helfe euch schon. Was machst du denn mit dich? Wir, du bist das nur anläuft. Meine, deine stattlichen Schwingen sind ja so teils zerfledert. Wir dürfen ja wirklich so gern helfen. Aber seltene Anstrengungen. Das soll ich mir gar nicht quälen. Ich bin nicht, ich bin. Ich bin nicht nur im Himmel. Aber was bist du denn du? Leider ist mir das Gebrechen meiner extremen Augenschwerte von meinem Erdenwärtssein ins Paradies gefolgt. Boah, ich mache schon sehr schön. Gute Gute Gute. 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 Und wenn der Fübsche hat, ganz gleich welche Art, so werde ich sie immer fühlen. Ha? Wo hat der Fübsche diese Hose her? Herr, sprich her! Das ist doch die Hosen vom Wildschutzjendewein. Bei uns im Himmel so chaotisch tut er, weil du deine Finger im Spiel hast. Na, hab ich selber nicht von dir was? Hier, Nanno, hier haben wir die Revinden zu lassen. Heißt doch, durch du die nächsten 2000 himmlischen Gärtenvorstellungen laut zuweisen und durchgekriegen. Ha! Ha! Obst du das Pferd? Habst du das Pferd? Ja, der hat er gespielt Pferd! Ja... Ich bin gerne dabei! Ja! Ja, der ist mit der ähnliche, ähnliche Koffe, wie er sich...